Die Londoner Polizei entdeckt auf einem Hausboot eine Leiche, auf die gleich mehrfach eingestochen wurde. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie mit einem Hörbuch-Tipp. Auch diese Ausgabe präsentiert von unserem Sponsor News-A-Do, die neue App für euer Handy. Paula Hawkins arbeitete als Journalistin, bevor sie mit dem Schreiben von Romanen begonnen hatte. Girl on the Train hieß ihr erster, der wurde auch gleich ein Weltbestseller und mit Emily Blunt in der Hauptrolle verfilmt. Auch das war ein riesiger Kino-Hit. Into the Water war der zweite Roman, war ähnlich erfolgreich. Und jetzt hat Paula Hawkins ihren dritten Psychothriller vorgelegt, der heißt Wer das Feuer entfacht, keine Tat ist je vergessen. In Sachen Spannung hat sie da vielleicht sogar noch eine Schippe draufgelegt. Mario Hattwig hat den aktuellen Hörbuch-Tipp. An einem Sonntag entdeckt die Londoner Polizei auf einem Hausboot die Leiche von Daniel Sutherland. Auf ihn wurde gleich mehrfach eingestochen. Im Laufe der Ermittlungen geraten drei Frauen unter Verdacht. Miriam, die Nachbarin des Opfers, ist die erste. In der Abenddämmerung trugen sie die Leiche aus dem Boot, die Treppe hinauf und auf die Straße, wo schon ein Krankenwagen wartete. Aus Respekt stand Miriam auf, als sie an ihr vorbeiging, schlug den Blick nieder und sprach ein stilles, ungläubiges Geh mit Gott. Danach flüsterte sie ein Danke. Denn indem er sein Boot neben ihrem verteut und sich brutal hatte ermorden lassen, hatte Daniel Sutherland ihr eine Möglichkeit eröffnet, die sie sich auf keinen Fall entgehen lassen konnte. Die Möglichkeit, das Unrecht zu rächen, das ihr angetan worden war. Die zweite Verdächtige ist die junge Laura. Sie hatte vor der Tat ein Date mit Daniel und nach einem One-Night-Stand ihre Fingerabdrücke auf dem Hausboot hinterlassen. Das Toilettenpapier um ihren Unterarm erblühte scharlachrot. Erneut pulsierte das Blut sanft pochend aus ihr heraus. Ihr wurde schwindelig. Im Bad ließ sie die Uhr ins Waschbecken fallen, riss den Papierverband ab, ließ das Handtuch auf den Boden rutschen. Stieg wieder unter die Dusche. Sie schloss die Augen. Sie hörte Daniels Stimme. Was stimmt nicht mit dir? Und ihre eigene. Irgendwas abfackeln. 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 Unter Verdacht gerät außerdem Carla, die Tante des Opfers. Sie behauptet, sie habe ihren Neffen lange nicht gesehen und gar nicht gewusst, dass er in London auf einem Hausboot lebt. Wie sich herausstellt, eine glatte Lüge. In ihrer Erinnerung kehrte sie oft in jene Nacht auf seinem Boot zurück. In die Morgendämmerung danach. Was ihr jedes Mal im Kopf herumspukte, war der Moment, als sie das Boot verließ. Der Moment, in dem sie im grauen Dämmerlicht oben auf der Brücke eine Frau stehen sah, die zu ihr herabschaute. Was ihr keine Ruhe ließ, war der Umstand, dass sie um keinen Preis der Welt den Gesichtsausdruck der Frau heraufbeschwören konnte. Sie hätte unmöglich sagen können, ob sie traurig oder wütend, gebrochen oder entschlossen ausgesehen hatte. Auffällig ist, alle drei Frauen sind zutiefst verbittert und sinnen auf Rache. Aber ist eine von ihnen tatsächlich Daniels Mörderin? Und wenn ja, was war ihr Motiv? Ganz viele Fragen und alle Antworten bekommt ihr natürlich ab sofort in Wer das Feuer entfacht. Keine Tat ist je vergessen. Das neue Hörbuch von Paula Hawkins. Die ungekürzte Fassung gibt es exklusiv nur bei Audible. Das neue Hörbuch von Paula Hawkins.